Bevor man das Weiße im Auge seines Gegners sieht und sich im Ring auf ein Duell einlässt, muss man seine Ängste überwinden. Ich mache Sie zu den Besten der Besten, Gentlemen. Wenn Sie diese Schule durchlaufen haben, kann Sie die Hölle nicht mehr erschüttern. Was enthalten diese Dokumente, Don? Haben Sie etwas mit Tommy zu tun? Worauf wartest du, Schwächling? Steig in den Ring und kämpfe weiter! Was passiert, wenn Sie dich zusammenschlagen? Wo willst du im Holzstuhl enden? Wie können Sie es zulassen, dass er gegen ihn antritt? Tommy ist der Einzige, der den Mut dazu aufbringt. Der kann seine Mannschaft noch retten. Tommys Bruder ist tot. Das war mein Fehler. Du darfst dich nicht auch umbringen lassen. Haben Sie die Hintergründe gekannt? Wussten Sie, in welchen Kreisen sich Tommy und sein Bruder aufhielten, bevor sie hierher kamen? Ich habe nur noch einen einzigen Wunsch. Ich werde seinen Tod rächen. Du weißt nicht, was er mir bedeutet hat. Du kennst nicht die Drahtzieher in diesem Geschäft. Um als Sieger aus diesem Kampf hervorzugehen, braucht es mehr als hartes Training. Man muss bis aufs Blut hassen können. Sie dürfen sich Karate-Tiger nennen. Sie sind the best of the best. Karate-Tiger 4. Ein Film, der einen umhaut. Un Chiff, der einen umhaut. Untertitelung des ZDF, 2020